Capture One Cyber Monday, 30% Rabatt auf alle Lizenzen, egal ob du eine Capture One Pro Lizenz oder eine Capture One Hersteller Lizenz kaufst. Alles zum nächsten Deal, nachdem ihr möglicherweise den Black Friday verpasst habt. Gleich nach dem Intro weiter und auch ein paar Eindrücke auf die nächste Version Capture One 21. Gleich nach dem Intro geht's los. So, wie gesagt, Cyber Monday, nachdem manche von euch möglicherweise den Black Friday verpasst haben, habt ihr jetzt hier noch die Möglichkeit dazu. Ich habe hier einige Links in der Videobeschreibung, mit denen ihr zum Capture One Shop kommt. Das sind natürlich Affiliate Links, dadurch entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten, aber ich bekomme dann auch ein bisschen was Rückvergüter für die ganze Arbeit, die wir hier machen. Was ihr hier tun müsst, einfach die Lizenz auswählen, die ihr haben wollt oder Style Paket, je nachdem. Da geht ihr dann auf den Kaufen oder Abonnieren, gebt den Rabattcode ein, das ist an Cyber Monday 30 und schon habt ihr die 30% Rabatt. Als nächstes, nachdem ja das Upgrade auf Capture One 21 dabei ist, haben wir gedacht, ich zeige euch ein paar Sachen hier in der Preview und dazu gehen wir jetzt da einfach einmal hier auf das eine Bild hier. Hier sind in der Sneak Peek Preview von Capture One selbst einige Funktionen genannt worden, die dürfen wir auch präsentieren und ich habe mir gedacht, ich werde hier auch meine eigene Meinung dazu kundtun. Kundtun. Dazu, wir haben zuverlässig, habe ich gestern ein Bild geschossen, wo es ein bisschen nebliger war, aber ich habe mir gedacht, jetzt kann ich das auch zeigen. Wir haben nämlich den Dehaze-Regler endlich hier in Capture One 21 dann. Ein Feature, das zwar bei Adobe Lightroom schon seit Jahren vorhanden ist, aber okay, man kann im Prinzip dasselbe machen wie beim Klarheitsregler, das ist bei Capture One 21 auch so, beziehungsweise hat man das davor auch schon können mit Klarheitsregler oder mit dem Workaround mit den Tonwerten zum Beispiel. Hier hat man eben einen zusätzlichen Regler eingebaut, der funktioniert auf zwei Weisen. Den zeige ich euch hier einfach. Wir haben hier Shadow to Highlight. Wenn der auf Auto gestellt ist, dann nimmt Capture One einfach irgendwo aus dem Bild den Mittelkontrast her, wo Capture One meint, dass dort der Kontrast fehlt oder Mittelkontrast hinzugefügt werden kann. Was aber im Gegensatz zu Lightroom nicht funktioniert, da hat man keine Pipette, wo man dann eben auch selber eingreifen kann, wo kann man Mittelkontrast entfernen zum Beispiel. Das kann man hier eben machen, Pipette, ich habe jetzt hier einfach auf den Himmel geklickt, das können wir jetzt hier auch machen und dementsprechend sind dann die Ergebnisse. Wenn ich das Ganze auf das Blau gebe und den Regler eben auf ein Niveau gebe, wo ich sage, okay, kann man verwenden, dann funktioniert das ganz gut. Ich sage für mich selber, ich habe selten Fotos, wo eben Nebel dabei ist oder ich habe selten die Kamera mit, wenn ich bei irgendeinem Schlechtwetter oder so. Deswegen, ich bin halt mehr der Studiofotograf oder Porträtfotograf, aber für Landschaftsfotograf und so weiter ist das eine coole Sache, wenn man da ein bisschen den Nebel herausziehen kann. Obwohl es eben auch mit Mittelkontrasten geht, aber hier hat Capture One eben auch eine eigene Meinung dazu. Man könnte auch sagen, wir brauchen keinen Kontrastregler, wenn man das Ganze mit den Gradationskurven noch machen könnte. Ja, gut, dass er dabei ist. Zeit ist one, möchte ich mal sagen und wir gehen einmal zur nächsten Funktion, die Capture One 21 uns bieten wird. Und zwar gehe ich hier auf diese zwei Bilder und da schauen wir uns das rechte Bild kurz an. Wir haben hier bei den Basismerkmalen, haben wir hier neue ICC-Profile. Das heißt, die sind ein bisschen überarbeitet, die haben einen Pro-Standard, das heißt, die sind von den Farben viel natürlicher. Ich nehme mal an, dass Capture One hier mit den Kameraherstellern nochmal sich zusammengesetzt hat oder ein Zoom-Call gemacht hat in Lockdown-Zeiten, dass man das Ganze nochmal ein bisschen anpasst. Das heißt, wenn man das Bild als alleine anschauen wird, dann wird man nicht so viel Unterschied sehen. Aber wenn man das mit den vorherigen normalen ICC-Profilen vergleicht, dann sieht man schon dementsprechend einen Unterschied. Ich mache das jetzt hier ein wenig größer, dass man das hoffentlich auch auf YouTube hier sieht. Man sieht beim linken, dass das Bild nicht so gesättigt ist, wie es eigentlich sein sollte. Ich finde, man hat beim rechten Bild die Farben viel mehr zur Geltung. Das sieht man auch schon bei den Lippen. Und ein wesentlicher Unterschied ist meiner Meinung nach der Übergang von Schatten zu den Glanzlichtern. Das ist ein viel weicherer Übergang. Man sieht das hier bei der Stirn von Lydia zum Beispiel hier, dass das hier ein bisschen heller ist und auch bei der Nase hier, dass das härter wirkt. Und nachdem ich weiß, dass das eben mit einer großen Softbox fotografiert wurde, ist für mich das rechte Bild viel homogener und sieht auch viel besser aus. Eine wesentlich coole Sache sind dabei nur Kameraprofile von den aktuellen Sony-Kameras. Nikon ist dabei, Face One natürlich ist dabei und Canon und Leica ist dabei. Fuji fehlt hier in der Sammlung, aber meiner Meinung nach brauchen sie die auch nicht wirklich, weil die haben ja auch die Filmsimulationen dabei, die die anderen eben nicht haben. Also ein bisschen Unterschied muss da auch sein. Auf jeden Fall eine coole Sache, wenn das mehrere Kameras da noch hinzukommen, sind jetzt einmal glaube ich zum Beispiel die Sony A6000, die A6400, A7R2, A7R3, A4 natürlich und die R3 und die R2 sind dabei. Laut David, der die YouTube-Videos von Capture One selbst macht, da kommen noch einige Kameras noch hinzu. Also ich hoffe ich mal, dass das so viele Kameras wie möglich sind. Bei den neueren Kameras, die noch kommen werden und in Capture One implementiert werden von den Kameraprofilen her, die werden diese auch haben. Ja, also wenn ihr euch im nächsten Jahr eine neue Kamera kauft, je nachdem welcher dann rauskommen wird und die dann in Capture One drinnen ist, wenn die dann von Capture One unterstützt wird, dann hat die eben auch ein Pro-Kamera-Profil dabei. Eine weitere Sache, wo ich mir in der Beta gedacht habe, Speed Edit, Wort vor. Ich habe mir einfach gedacht, okay, die ganze Sache, okay, ich möchte nicht einfach nur klick, klick und fertig. Ich habe mir das Ganze aber dann nochmal durchgelesen und habe mir dann gedacht, okay, eigentlich hat das Ganze schon einen guten Sinn. Wenn man der einzige Nachteil eigentlich an Speed Edit ist, ist, dass ich muss mir noch ein paar Shortcuts merken, nicht nur die, die für die normalen Funktionen da sind, sondern man hat eben auch, wenn ich zum Beispiel nur die Taste Q drücke, dann komme ich zum Reparaturbinder, so weit, so klar. Wenn ich das Ganze aber gedrückt halte und zum Beispiel mit dem Mausrad rauf fahre, ah, hoppla, ich muss einmal diesen Reparaturpinsel wieder weggeben oder die Reparaturbinder, Tastik Q halten, noch einmal, und mit dem Mausrad rauf fahren. Und ich ändere die Belichtung zum Beispiel. Wenn ich das mit der Taste W mache, zum Beispiel, dann tut sich beim Kontrast etwas. Und dann kann ich eben sagen, ich glaube, E war die Helligkeit, genau, und R war die Sättigung. Das heißt, ich kann jetzt da eben, wenn ich das Ganze zurücksetze, setzen wir hier zurück, ich blende mal die Tools aus, ich kann jetzt da hier sagen, okay, ich möchte es ein bisschen heller haben, ich möchte, hoppla, ich möchte ein bisschen mehr Kontrast haben. Also, ich habe kein Tool jetzt irgendeinen Slider bewegt, sondern ich kann das Bild bearbeiten, einfach mit dem Mausrad raufeln, wenn ich die Tasten gedrückt halte. Ganz wichtig zu wissen, und wie kommt man da hin, man kann die natürlich auch bearbeiten. Und zwar hat man die ganzen normalen Tastenkombinationen hier, und dann hat man die Schnellbearbeitungstasten. Und da sehen wir hier Belichtung, Q, W, E, R, und dann haben wir hier zum Beispiel HDR, A, S, D, F, dann kann man in Weißabgleich bearbeiten, mit Z kann man die Klarheit, und die Tonwerte kann man hier zum Beispiel auch X, Z, äh, X, C, V, und man kann dementsprechend noch ein paar hinzufügen. Für Wim ist das Ganze eine coole Sache, ähm, ich sage einmal, für Hochzeitsfotografen zum Beispiel, die eine Menge an Bildern durcharbeiten müssen, und die sich vielleicht die ganzen Bilder komplett anschauen wollen. In kompletter Ansicht, die können da einfach mit, äh, Tastatur und Maus, oder mit Grafiktablet sich durcharbeiten, und haben ihr Bild dann schnell bearbeitet. Das, ja, also wenn man sich das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lässt, also wenn man die ganzen Features am Anfang liest, dann denkt man sich so, ah, okay, aber, wenn man den ganzen mal eine Chance gibt, den ganzen mal, äh, sich das Ganze anschauen, mal durcharbeitet, dann hat das schon irgendwo seinen Sinn. Es ist jetzt dann nicht, ich sage mal, bis auf die Pro-Kamera-Profil ist das jetzt nicht unbedingt das Killer-Feature, schlechthin, aber es ist, ich sage mal, eine Evolution, keine Revolution. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke für weitere Benachrichtigungen, und, ja, wenn ihr das Cyber Monday Angebot nutzen wollt, ihr habt heute noch den ganzen Tag Zeit, klickt auf einen Link in der Videobeschreibung, und sucht euch eine Lizenz eurer Wahl aus, gebt den Rabattcode Cyber Monday 30 ein, und profitiert von den 30%, äh, die aktuell eben dabei sind. Und ihr habt das Upgrade auf die nächste Version Capture One 21 eben auch dabei. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video, äh, schreibt mir doch in die Kommentare ein positives Feedback, und, ja, bis dahin einmal, ciao Leute!